Ja, li hallo Freunde und herzlichst willkommen bei einem neuen Let's Play The Simpsons Das Spiel. Yo, die nicht so tolle Videoqualität müsst ihr mir verzeihen, da kann ich nix dafür, das ist halt der Video-Audio-Grabber. Aber naja, ihr wolltet, dass ich The Simpsons Let's Play, also mach ich das mal. Ja, keine Angst, ich werde mir bald eine TV-Karte kaufen, dann wird das alles besser. Und bevor das noch tausendmal weitergeht mit dieser Schleife, dann drücke ich mal auf Start und mach ein neues Spiel. Yay! Yo, Großbuchstaben... Jek... Asking... Asking... Ne, nix, Asking, Alex, nur Scheiße. So, aaa... Alex... So. Äh, und annehmen... Wirklich auch, ja, das wollen wir speichern, natürlich. Na, jetzt laden wir schneller. Los. Los. Komm, okay. Und das lädt jetzt, und da kommt dann, glaube ich, gleich mal eine Videosequenz, da bin ich dann auch gleich mal ruhig, wenn sie anfängt. Ich weiß nur nicht, wie lange das jetzt lädt. Okay, jetzt. Okay. 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 Wow, Schokolade zum halben Preis. Entschuldige, Fetty. Hey, du verputzt gerade unsere Welt. Hey, du bist wie der Hase aus diesem Buch über diese Alice in diesem Wunderland. Wie heißt das noch gleich? Ach ja, Schneewittchen in Blödelstadt. Zu deiner Information. Ich bin der weiße Schokoladenhase. Hey, weiße Schokolade ist gar keine richtige Schokolade. Da ist ja nicht mal Kakao drin. Tja, wenn ich nicht aus richtiger Schokolade bin, kann ich wohl davon ausgehen, dass du mich nicht essen willst. Mh, weiße Schokolade. Ach so, jetzt plötzlich. Oh je, jetzt müssen wir dem hinterher. Oh Gott, wie waren die Dinge nochmal? Okay, so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Steuerung ist ja scheiße. Wie springe ich? So. Okay. Wow. Oh, ich hab's geschafft. Boing. Halt die Fresse, nenn mich nicht Fett, die du Fettsack. Doppelsprung halt. Ja, ich weiß. Was? Wie macht man den Doppelsprung? Scheiße. Ah. Okay. Scheiße, wo ist jetzt der Hase hin? Ich glaub hier drüber. Ich hab keine Ahnung. Ist der jetzt tot? Oh leck. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Oh leck. Oh mein Gott, ist der verfressen. Das Spiel ist echt geil irgendwie. Oh, no, no. Los, essen, essen, essen. Oh, no. Geht weg. Nein, greift mich nicht an. Nein. Ey, diese Hase sind übelst aggressiv. Und ich treff's hier nicht mal. Ich verpisst euch. Schlag sie doch. Hallo, ich treff den nicht mal. Du hast ein Power-Up eingesammelt. Damit füllst du deine Kraftanzeige. Alles klar. Ja, ich hab ein Daff-Bier-Deckel eingefangen. Oder ne, Kronkorben war's. Oh, nein, nicht da hoch. Nein, ich werd euch alle... Greift mich doch nicht an, ihr Penner. Ich werd euch alle töten. Bin ich ein Tierschänder. Äh. Ja, Zuckerrausch. Num, 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 Muffin. Num, 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 num. Oh. Okay, ich muss die töten. Äh, zerstören. Äh, Brunnen. Hilfe, es sind so viele. Und es stehen immer mehr. Ich lad mich jetzt. Ich lad mich jetzt. Oh Mann, ich kann mich nicht laden. Oh, leck. Mega, Rübser. Jetzt renn doch nicht weg, ey. Oh, Hilfe, ich sterb gleich. Sterb gleich, Hilfe. Ah, der lädt sich ja wieder auf, wenn... Waren wir kurz wie rum. Äh, äh, äh. Ja, da hinten muss ich lang. Die Steuerung ist ein bisschen behindert, aber... Oh, nicht. Nein, noch mehr Brunnen. Nein. 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 Egal, diesmal krieg ich den Spaß. Wie aggressiv ich werd. Erstmal den... Schnauze, ich will den Brunnen erwischen. So, der eine Brunnen ist kaputt. Okay, 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 dann... Kommt jetzt erstmal der Hase los. Komm, 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 komm. Dreh dich, dreh dich um und bück dich. Hust. Ähm. So, der ist auch kaputt. Jetzt kommen erstmal die Hasen. Hallo? Boah, mega Röpse, Alter. Ach ja. Ich hab das Spiel, ich glaub, das letzte Mal vor einem Jahr oder so gezockt. Oder noch länger. Egal. Auf jeden Fall muss ich jetzt noch den. Habt... Ihr wolltet ja mich grad... Alter, schlag mich. Hasen, die mich angreifen. Naja, Gott sei Dank ist das nur ein Traum. Okay, jetzt muss ich irgendwas essen. Egal. Hier, das da, das Teil muss ich drücken. Ja, ist okay, oder? Wo hab ich das jetzt... Oh, ja. Ach so. Oh, ich hab's sogar geschafft. Oh, ich hab's geschafft. Oh, ey, das hab ich noch nie beim ersten Mal hinbekommen. Oh, leck, ey, überall Hasen, man. Nach dem Game hab ich Angst vor Hasen, auf jeden Fall. Hallo? Boing, boing. Noch mehr Hasen. Ich krieg danach einen Hasen-Trauma. Ich sag's euch jetzt schon, ey. Auf jeden Fall mal hier rumrennen. Vielleicht ist hier noch irgendwo was. Hasen! Zu viele Hasen! Viel zu viele Hasen! Stirb! Das Stirb kam jetzt ein bisschen zu... 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 Ja, du weißt schon. Oh, ich hab's sogar hoch geschafft. Was ist denn das Bomben? Das war jetzt ein bisschen... Boleck! Au. Ich hab's voll nicht drauf. Hilfe! Ich hab's voll nicht drauf. Hilfe! Ja, ich hab's eingesammelt. Los, ihr stirbt auch noch. Mega fette Kugel! Wuhu! Yeah! Das ist auch noch. Bam! Mit Bam! Und jetzt ist fertig. Ich träume nicht, ich träume nicht, ich träume nicht. Was? Verdammt! Ich hab bloß geträumt. Wieso ist das Leben so unfair? Ich will doch nur alles wahllos in mich reinschaufeln und zu einer riesigen Kugel werden. Ist das wirklich zu viel verlangt? Ich verfluchte dich, Realität! Verdammt! Aber gute Arbeit, Simpson! Wir haben das geschafft. In genau 6 Minuten 22. Schön! Leider nur 2 von 5 eingesammelt. Mehr habe ich nicht gefunden. Und dann darf das mal speichern. Und jetzt lädt das. Ja, dann soll's mal laden. Na, schneller! Huch! Was war denn das hier? Komisch, da hat irgendwas hinter mir geknackt. Und das war, glaube ich, meine PS2. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh, jetzt. Wieso bin ich jetzt plötzlich Bart? Ich war doch gerade Homer. Egal. Was gibt's denn hier zu tun? Oh. Jetzt bin ich plötzlich im Start. Spiel fortsetzen. Okay. Jetzt weiß ich, wie ich zurückkomme. Und da ist die Marge mit ihrem Kind. Kommen wir hier jetzt hin? Ne, da wollte ich nicht hin. Weg da! Ich muss mich jetzt beeilen. So, genau. Hier raus muss man.